Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es mal um eine neue Herausforderung gehen, die wir in Fortnite bekommen haben. Und zwar sollen wir mit einem Chopper unter drei verschiedenen Brücken hindurchfliegen oder unterdurchfliegen und das Ganze möchte ich euch in diesem Video zeigen. Wo ihr hier einen Chopper finden könnt, ist eigentlich auch ganz einfach bei The Agency, genau in der Mitte, wo ich hier bin. Da könnt ihr auf jeden Fall diese Chopper finden, was wirklich gar nicht mal so schwierig ist, denn, ja, ich meine, einen Chopper zu finden, das wisst ihr ja mittlerweile. Das ist ja keine große Kunst mehr. Dann fliegen wir direkt zur ersten Brücke und die erste Brücke ist tatsächlich schon ganz, ganz in der Nähe, denn hier links ist schon die rote Brücke ganz in der Nähe von The Agency. Da müssen wir einmal vorbei, was ja gar nicht mal so schwierig ist, denn wir sollen unten durchfliegen, was wir auf jeden Fall hinbekommen, indem wir einfach ein bisschen tiefer fliegen. Genug Platz ist da ja auf jeden Fall und dann fliegen wir unten einfach mal durch. Zum Glück ist es auch nicht schwierig, diese Helikopter oder diese Chopper zu fliegen, ist jetzt auch kein großes Hexenwerk und es kriegt auch eigentlich jeder einfach hin. Für die Leute, die es nicht können, ja, da auf jeden Fall rest in peace, das solltet ihr aber mal ein bisschen üben. Die nächste Brücke ist auch tatsächlich direkt in der Nähe, also wirklich direkt ein Katzensprung und zwar hier links. Da fliegen wir auch gerade hin, habt ihr auch gerade gesehen, also die erste Brücke war hier, wo ich es markiert habe, die zweite Brücke ist direkt auch schon hier, das ist nämlich die blaue Brücke, die wir unten durch, also die wir unterqueren sollen. Und da fliegen wir einfach mit dem Chopper unten durch, haben auch schon die zweite Brücke dann fertig und zwar, und dann brauchen wir nur noch die violette Brücke und da schauen wir direkt mal auf die Karte, denn die violette Brücke ist gar nicht mal in der Nähe gewesen. Ich denke, das war die hier und da müssen wir nun einfach mal zurück. Entweder ihr fliegt erstmal die violette, dann die rote und dann die blaue in einer Reihenfolge oder ihr macht es halt so, wie ihr wollt, das ist eigentlich auch selbst überlassen. Ich muss tatsächlich sagen, dieser Boost an diesem Helikopter oder an diesem Chopper ist derbe unnötig, weil der irgendwie gar nichts bringt, aber naja, das sei mal dahingestellt, das kann ja auch jeder so benutzen, wie er möchte. Ich finde es selber unnötig, aber naja, auf jeden Fall ist dann die violette Brücke da ganz hinten, die müssen wir dann auch nochmal unterqueren und dann haben wir auch schon die Herausforderung direkt fertig. Das sind die drei verschiedenen Orte gewesen, ich fliege da jetzt zwar nochmal hin, aber ihr wisst ja, was ihr machen müsst, ich habe sie euch da markiert, die ist violett, dann ist die hier, ich markiere sie nochmal, die hier ist rot und die hier oben ist blau. Die Herausforderung, also die Brücken müsst ihr unterqueren und dann habt ihr die Herausforderung auch schon abgeschlossen und das war es dann auch schon damit. Also, dann habt ihr auch schon einige Herausforderungen der Woche 8 freigeschaltet, wenn ihr noch andere Herausforderungen sehen wollt auf meinem Kanal, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Parallel mit diesem Video habe ich noch weitere Videos hochgeladen, wo ich euch zum Beispiel die Orientierungspunkte zeige und so weiter, die Skies Schwerte, die ihr sozusagen rausziehen müsst oder besuchen müsst, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ich glaube, das ist sogar hier die schwierigste Brücke und zu unterqueren kriegt ihr trotzdem hin und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ihr habt, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann lasst ihr auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, tschüss und bis zum nächsten Mal.